Schafft KI deinen Job ab? Seit Einführung der generativen AI-Modelle wie ChatGPT ist die Nachfrage nach Freelancern um 20% gesunken. Das bestätigen Plattformen wie Fever. Survival the fittest ist jetzt gerade das Motto, denn Freelancer ohne KI-Kompetenzen werden ersetzt durch Freelancer mit KI-Kompetenzen. Deshalb mein Tipp für dich, verändere dich jetzt, nutze die neuen Chancen mit KI-Kompetenzen mehr Geld zu verdienen und deine Zukunft neu zu gestalten. Mein Name ist Claudia Hilker, ich unterstütze Freelancer mit meinen Zertifikatskursen, KI-Manager und KI-Berater, dass sie die neuen Chancen mit künstlicher Intelligenz wahrnehmen, dass sie mehr Geld verdienen, ihre Geschäftsmodelle und ihre Produkte innovieren. Wenn das für dich interessant ist, dann melde dich gleich an für ein kostenloses Gespräch oder komm in meine KI-Masterclass. Ich freue mich auf dich!